Heute für euch im Test ein etwas anderer Artikel, und zwar ein Singleshot von Bavaria Fireworks. Der Effekt lautet Starklichkomet mit Silberschweif. Die NEM liegt bei 24 Gramm. Gekauft habe ich den Artikel bei Röderfeuerwerk. Den Preis weiß ich leider nicht mehr genau, aber ich glaube 8 bis 10 Euro das Stück. Mich hat der Name Starklichkomet gereizt und ich wollte einfach testen, wie stark dieser Komet in Wirklichkeit ist. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Zündung. Komet in Wirklichkeit Komet in Wirklichkeit Komet in Wirklichkeit Wirklichkeit Untertitelung des ZDF, 2020